ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu hogwarts legacy ja in der letzten folge wollte ich eigentlich nur mal die ganzen dinge da angehen ich habe eigentlich auch gemacht ich habe vergessen wir heute richtig wir machen heute ein bisschen rätsel spaß wir wollen ja diese truhe ich zeige euch einfach wie es geht ihr seht dort eine zahl da oben also eine 1 und die spiel und unten die 21 13 und die dreiköpfige schlange wie auch immer jedes dieser zieldings steht für ein steht für eine zahl in diesem fall muss ja diese dreiecksgleichung 1 plus spinne plus x gleich 13 die spinne ist eine 5 156 also muss das fragezeichen die 7 sein ergo muss bei dem ersten fragezeichen warte mal ich guck mal gerade wo es ist das hier das ist das zwei okay da habe ich hier diese komische warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal hier ist es und zwar die 7 ist warum ist die dicht dabei sind die sieben nicht dabei jetzt falsch jetzt kann mit der nummer mit der zahl ist falsch durcheinander gekommen heute moment die spinne ist eine 5 16 ja müsste eigentlich doch sieben sein 17 plus sechs die sieben ist diese komische oder muss ich das unten lösen einmal 13 und hydra schlange sind drei also muss das zweite fragezeichen fünf sein und das heißt spinne oder nicht richtig sehr spinne bis jetzt stimmen zweite fragezeichen spinne spinne ist 5 13 und spinne 15 18 und die komische schlange ist eine 3 also muss das ja gelöst aber die fragezeichen was ist denn hier oben dass ich hier das da ja 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 Hä? Ähm Hat sie eine Frage gezogen? Wieso? So richtig, oder nicht? Weil theoretisch suche ich dieses Symbol auf dem Dings, wie ich es richtig sehe. Theoretisch suche ich das Ding Dingsgleichung, eh? 1 plus, ja, ist doch richtig, oder nicht? 1 plus Spinner 1 und Spinner 1, 2, 3, 4, 13, 17 17 und plus, warte mal Das ist, wo ich jetzt falsch liege Ich glaube, ich habe nicht verrechnet Das ist nämlich auch nicht die 1, sondern die 0 Und dementsprechend ist das ein falsches Symbol Äh, 1 und Spinne, 5 sind 6, 7 Ja, das ist doch das Ding, oder nicht? Oder muss ich eine davon lösen? 1 und 7 sind 8 Und die komische Spinner ist eine 8 Ach nee, die Spinne ist eine 8 Ich habe mich vertan 1 und 9 Und dann heißt es die 4 Und die 4 ist ein komisches anderes Symbol Warte mal, ich habe mich vertan Ich weiß, was es ist Warte mal, das ist dieses hier Äh, das Ding ist es So, äh, und dann muss ich nicht hier Spinne auswählen Doch, Spinne war richtig Und damit spreche ich es richtig Alles Chlor Wir haben, äh, okay Wann haben wir es gefunden? 10, 8 Ich habe es schon gefunden Geil, okay Gut Dann ist es eigentlich nicht so schwer Ja, man muss es halt einfach nur wissen Äh, hopp So Okay Okay, okay Dann haben wir das zumindest auch Gut Dann haben wir zumindest die Aufgabe Aber wir müssen gerade kurz was gucken Wegen Dem Inventar Bis vorher kann ich nichts machen Ich will nicht jetzt Ob ich jetzt alle abgehe, weiß ich noch nicht Ich glaube auch nicht Ja Inventar, Sammlungen Inventar Ausrüstung war das Was ich haben wollte, oder? So Offensive Passt Ja, man kriegt schon mal Ausrüstungsgegenstände So, jetzt bin ich ein bisschen besser von der Offensive her Also wir werden jetzt natürlich nicht, wahrscheinlich nicht alles angehen können Ich habe zumindest jetzt mal die Lösungen Also ich habe es verstanden soweit Man muss halt nur wissen, welches Was ist jetzt genau welches Boah, ist das Schwimmen, ey Ja, ich habe Also ich habe es eigentlich letzte Folge nochmal probiert Ich bin froh, dass ich um die Sicht gespeichert habe Ich war da auch ein bisschen in Hoxmede unterwegs Aber ich dachte, da kannst du vielleicht noch ein paar Zutaten kaufen Weil ich eigentlich 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 Das Dings angehen wollte Also es ist ja eigentlich ziemlich witzig, dass ich hier rumlaufen darf Es ist eigentlich mitten in der Nacht Und wer die Harry Potter Bücher kennt Weiß, dass eigentlich in der Nacht nicht hier rumzustreuen Dann ist Finde ich doch lustig Jetzt müssen wir den beiden gerade Haben wir noch irgendwo Bücher? Äh, die haben wir noch mal Ritzel? Was ist hier ein Ritzel? Was ist das hier? Warten Nö Warte mal, wo waren die Hartschuhe? Ich habe das Hier wäre nochmal ein Rätsel Okay Eigentlich recht simpel Man muss es nur ein bisschen verstehen Also die 21 Äh, 11 plus Hm, plus Komischer Kopf 0,1 Der Kopf ist 2, ne? Genau 11 plus 2 sind 13 Das heißt, ich muss auf 8 gehen Die 8 ist die Spinne beim ersten Warte mal Wollen wir denn die Die Dinger hier? Müssen wir hier auf Spinde gehen? Äh, da ist die Spinne Das wäre das erste Ritzel Jetzt muss ich halt gucken, wo die zweite ist Hier Oder? Ne, warte mal Hä? Oh, ich bin Zweite Wo ist noch Zweite? Wo ist noch Zweite? Wo ist noch Zweite? Das muss ja auch irgendwo sein Ähm Hä? Bin ich das blöde? Ähm Wo ist das zweite Ding? Ey, du bist ja nicht Ich muss grad gucken Wo ist das zweite Ritzel? Hier ist das erste Hey, du bist blöde? Ähm Jetzt doof Das ist ein Schatz Wo ist das hier? Jetzt findest du dich hier hinter? Ne Hä? Ja, warte mal Das befühlt sich doch jetzt hier hinter jetzt Oder? Super Das ist das zweite Rätsel Das ist das zweite Rätsel Das wird doch die zweite Das wird doch die zweite Das wird doch weiter mit das zweite Ding Oder nicht? Das ist doch bestimmt hier Das ist bestimmt hier, oder? Hä? Da fehlt doch noch was Eine Prise Fledermausmilzpulver vielleicht Warum bin ich hier verarschen? Oh Geil Hier läuft das Schüler nicht Die Gegenschüler aus dem Bett Ist doch geil Aber Ich weiß nicht Wo das zweite Rätsel sein soll Also ich vermute, dass es hier hinter ist Aber Da komm ich jetzt doch nicht ran Oder? Oder? Das ist doch irgendwas Ich weiß nicht, was ist doch hinter das? Das ist hell draußen, okay? Warte mal Hinter ist noch irgendwas Was muss ich denn hier machen? Nicht noch was anderes Hast du denn hier? Halt schon Das ist echt der busseite gekriegt also jetzt weiß ich auch zumindest wie ich will jetzt muss mir leid dass ich hier immer noch dinge versuche auszuprobieren das ist klar ist das zweite ding gehen und jetzt über scheinbar irgendwie so grad wenig zu tun wie zu hölle wie zu hölle ja gut eigentlich ist es recht simpel muss es halt nur wissen noch muss ich habe erst durch die ganzen dinger nicht durchgeblickt aber wie gesagt wenn wir mal ein rätsel auftauchen dann können wir es machen also ich müsste jetzt tatsächlich danach suchen haben wir noch über eins weil es jetzt so spontan aufploppt weil ohne kann ich mit story nicht weitermachen das ist das problem an der sache ich muss das ding besiegen ich muss die typen da besiegen das ist das problem und so komme ich nicht weiter so ohne ist nicht warte mal das ist die offizielle kiste wie ist offiziell was ist denn die kiste hin ist da hoch oder was die kiste hin die muss ja über mir sein oder nicht laut dem ganzen geschichte ist die laut der ganzen nummer ist hier über mir was machen wir heute ist ich komme ja gar nicht hoch oder also ich kann ja gar nicht so runter springen ja zumindest weiß ich jetzt wie die dinger gehen so karte soll haben wir noch tun ja es gibt eigentlich 35 so Glockenturm brauche ich nicht große Treppe brauche ich nicht große Halle kann ich in die große Halle mal reingehen so ja ich würde gerne noch ein paar Rätsel machen das ist es halt einfach eigentlich war der Gedanke dahinter noch ein bisschen was an Rätseln zu machen weil du verläufst dich hier grundsätzlich was hat man hier oh super ich dachte jetzt schön was interessant ist ne aber das war nur noch die Truste eine Truste unten was ist denn hier ist das hier ist auch die was ist denn hier okay die kann ich auch gar nicht aufmachen warum auch immer nicht was ist das was ist das was ist das was ist das ich habe keine Ahnung was ich machen soll ich will ja ich muss ja weiter mit der Aufgabe machen sammlung aufträge aufträge so okay dahin dann reisen wir da mal hin ja wir müssen es ja irgendwie machen das ist das Problem an der Sonne ich meine ich hoffe ich habe jetzt ein bisschen Handschuhe gefunden jetzt habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit da was zu machen haben wir nochmal ein Rätsel hier vorne oder was oder äh wie sieht das aus da ist ja auch noch eine Kiste oh lässig ist denn noch irgendwas mit den Diamantenmunzern äh da komme ich natürlich wahrscheinlich nicht durch jetzt habe ich ein Blazer aha oh mal mit sammleranbrotseitung nur hochpots wir haben jetzt a5 von 8 so ich gucke mal gerade und dann versuchen wir, das ganze Ding nochmal anzugehen. Ne Quatsch, Ausrüstung war es natürlich. Ausrüstung war es natürlich. So, 690, 6. Gut, nehmen wir das mit. Aber egal, wir haben zumindest ein bisschen was gekriegt. So, da denn, wo soll er denn, da. Wir müssen es ja immer nochmal angehen. Frage, muss ich jetzt, muss ich gegen dich jetzt spielen oder kann ich keine Shisha verüben? Das wird ein äußerst spannendes Duell. Bereit für eine neue Chance? Ja. Kannst kaum erwarten, los geht's. Großartig, kriegst du mit einem Partner an? Ja, macht am meisten Sinn, ne? Ja. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Okay. Verzeihung im Voraus. Ja, ist okay. Du brauchst mir jetzt nicht nochmal zur Kern. So, warte. Also, ich muss es gelesen. Ja. 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 wie soll ich die dann hinkriegen das ist doch nicht wahr alter verwalte ich kann egal was ich mache ja ich muss ja noch mal probiert mich zu hören du brauchst mir nicht denn ich erkläre was sache ja ja für was ist besiegt ich war noch dran an der hat die mir hat die alte ich habe mich jetzt gerade mal angehört oder was soll ich das gegen drei schiffen Okay. Ja, für was, Alter? Ey, du schappelst dir da jedes Mal ein, zu... Ja, für was, Alter? Ja, für was, Alter?